Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag, Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Revue und der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal wieder um einen Wireless-Bluetooth-Speaker, wie wir das Ganze hier so vor uns sehen. Eine etwas kleinere Ausführung und zwar mit Trageschlaufe. Das Ding habe ich so im Internet gesehen und dachte eigentlich, das sieht ganz passabel aus. Kann man sich ja mal direkt anschauen und passenderweise hat sich sowieso ein Kumpel für interessiert. Also ist das Teil direkt hier gelandet und ihr könnt es als erstes mal mit anschauen. So, wir gucken uns das Gerät mal an. Erstmal aus der Verpackung raus damit. So, da ist der Speaker und zwar haben wir hier den Handschlaufen-Speaker. So taufe ich das Teil jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den Karton unten zu öffnen und fast genauso groß sieht auch der Speaker aus. Das ist schon mal sehr praktisch. Relativ kompakt gebaut, wie ich finde und der hat so eine einzigartige Optik, wie man jetzt schon sieht. Achso, so rum sieht. So, der hat hier nämlich einen Stoffbezug vorne drauf und ansonsten ist der hier so in einer Metall-Edelstahl- bzw. Alu-Optik gehalten. Ist aber eigentlich Plastik. Also, ja, doch, das müsste alles Plastik, so wie das Ganze hier aussieht. Hinten haben wir dann gleich, wie man erkennen kann, einmal einen Micro-USB-Eingang, um das Ganze natürlich aufzuladen mit 5 Volt, wie hier drauf steht. Und dann haben wir noch den Aux-In mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Unten drunter einen Gummifuß, damit das Teil nicht umfällt. Der sieht trotzdem so dünn aus. Und hoffentlich kann der durch den Bass stattfinden, hätte ich fast gesagt, standhalten. So, der Handtaschenspeaker an der Stelle, neuer Name. Tja, vorne haben wir anscheinend eine LED-Leiste, so wie das Ganze aussieht und Stereo-Lautsprecher. Unten ist nichts weiter. Da steht nur noch mal irgendwas drauf, unwichtige Sachen. Dann haben wir jetzt hier oben den Ein- und Ausschalter. Ja, und dann gucken wir rein, da müsste ja eigentlich auch das restliche Kabelgedöns dazu sein, sei es jetzt Aux-In oder Micro-USB. Das ist ja ja auch, wer macht das denn hier? Das gibt es doch gar nicht. Reißt ja hier den ganzen Kartonpass auseinander. So, oh, cool, extra kleines Beutel-Täschchen. Und da haben wir drinnen natürlich, wie vorausgesagt, Micro-USB zum Aufladen und 3,5 mm Klinkenstecker, um das Ganze dann auch noch zum Hören zu benutzen. Weiterhin haben wir noch die Anleitung. Da schauen wir mal ganz kurz rein, um die technischen Daten nochmal durchzusehen. Da bin ich jetzt selber nochmal ganz gespannt. Ich glaube, 5 oder 10 Watt müsste der gehabt haben. Und dann müssten wir es herausfinden. Ja, da ist es dann auch schon. Und zwar das gute Modell, der SK-S2, Bluetooth 3.0, 5 Watt, genau so war es. 160 Hertz bis 20 Kilohertz, das heißt, er geht nicht ultra tief hinunter mit den Bassfrequenzen. Ladedauer sind 3 Stunden und Spielzeit 6 Stunden bei 80% der Lautstärke mit einem 2000 mAh Akku. Ja, ganz gut, denke ich mal. 10 Meter Reichweite und 430 Gramm ist er schwer. Wie er aufgeladen werden kann, entweder am USB-Port des PCs oder des Laptops oder sonstiger USB-Quelle, inklusive dem Netzteil für Handy oder Tablet. Alles, was 5 Volt hat, lädt das Teil. Gute Sache. Ja, gucken wir nochmal oben links. Die Kopplung. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus und beginnt die LED-Anzeige blau schnell zu blinken. Also eigentlich nichts Besonderes. Dann unter Bluetooth AUK SKS2 auswählen. Und das Ganze geht von selbst. Wenn wir den AUX haben wollen, schließen Sie das Kabel einfach nur an. Die Anzeige wird grün. Okay, mehr müssen wir gar nicht tun, süßte. Kontroll-LEDs. Wenn gekoppelt, halten Sie die Lautstärketaste. Achso, okay, das steht jetzt hier nochmal direkt. Halt, stopp. Wir müssen mal so. Kopplung stornieren. Anruf beantworten. Eingehen an Anruf abweisen. Das heißt, wir haben auch gleichzeitig die Freisprecheinrichtung wieder drin. Eingebautes Mikrofon ist inklusive. Hier nochmal unten die Status-LED. Was alles so probiert. Äh, was alles so probiert. Was alles so funktioniert mit dem Gerät. Beziehungsweise was er euch sagen möchte, wenn er blinkt. Das war es dann auch schon wieder. Dann gehen wir direkt zur nächsten Sprache über. Und wir schauen uns das Teil an sich erstmal detailliert an. Ja, vorne wie gesagt, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, diesen Stoffbezug zu inspizieren. Was eigentlich eine schicke Sache ist. So sieht ja eigentlich ein Speaker aus. Oben drauf sind dann die normalen Tasten. Das heißt, wir halten jetzt hier gedrückt. Ui, das ist ja laut. So, dann fängt er also lustig an zu blinken. Und wir können an der Stelle dann den Bluetooth-Mode auswählen. Und das Ganze dann... Was ist denn jetzt schon wieder los? So, einmal anmachen. Und dann gucken wir mal, ob wir den sofort connected kriegen. Das müsste eigentlich ohne Probleme funktionieren. Hier gehen wir nach ganz unten. Verfügbare Geräte. Da ist er. Was? Ne, das Grand S-Line. Das ist meins. Dann ist er das da oben. Die Krypto-Schrift. Das ist er dann also. Er will sich... Ja, SK-S2. Genau so sieht es aus. Dann koppelt er sich jetzt erstmal. Los. Ist ja immer schön mit den Tönen, wenn man das tagsüber verwendet. Aber ich finde, wenn man die Töne nachts hat, beziehungsweise abends so, wo es dann nicht mehr ganz so viel Krach machen soll, wenn man ihn einschaltet, ist er blöd. Aber gut. Kann man leider nicht deaktivieren bei den Lautsprechern. Das ist halt ärgerlich. Aber so ist es nun mal. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die No-Copyright-Sounds an. Dann gucken wir mal rein, was da los ist. Und wie die... Die haben 12 Millionen Abonnenten, Digga. Was ist da los? Die gehen unheimlich steil. So. Lennart in Schrot. Das klingt sehr sympathisch. Also los, Schrot. Wenn ich wüsste, was das für eine Musikrichtung ist. Ich habe es mir nicht mehr angeguckt. Ich weiß auch nicht, was grün gerade bedeutet. Einfach mal hören, wie das Ding so läuft. Oh. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz klar, ne? So. Lautstärke. Passiert da was? Ah ja. Gedrücktheit nicht. Immer drücken. Dann kommt der Ton, wenn maximal Lautstärke erreicht ist. Play, Pause ist genau dasselbe Spiel. Kurz gedrücktheiten. Weiter skippen. Durch mehrfaches drücken wird es wieder leise. Und ich glaube, gedrücktheiten wäre die Playlist genau. Gedrücktheiten zurück ist wieder Titel zurückskippen und gedrücktheiten hoch ein Titel weiter. Hören wir uns mal an. Also hier hört man sofort, wenn man den natürlich so auf fast voller Lautstärke hat, einbalken bevor es ganz laut ist. Und dann auf voller Lautstärke erkrisselt auf jeden Fall. Ich meine, es sind 5 Watt. Irgendwo ist ja auch mal Schluss mit lustig. Und die Teile sind ja auch begrenzt von der Lautstärke her. Wobei ich sagen muss, er hat einen eigentlich sehr ausgewogenen Klang. Dafür, dass die Bässe jetzt nicht ultra tief sind, finde ich jetzt ganz in Ordnung. Ihr könnt es ja einigermaßen durch das Mikrofon mithören. Auch wenn es jetzt nicht optimal ist, so wie er es sich in echt anhört. Aber er ist okay. Ich mache jetzt mal auf der Lautstärke, wo er okay klingt und wo jetzt nichts weiter passiert. Kein Krisen und dergleichen. Was hier ganz interessant ist, das Teil hat irgendwie anscheinend nur eine Box. Also hier auf der Seite ist Ruhe. Hier passiert nichts. Keine Vibration. Das hat man eben bestimmt gehört, wo ich es zuhälte. Hier kommt der Ton raus. Und hier nicht. Das heißt, da wird wirklich nur eine Box haben. Also einmal 5 Watt oder wie? Ich dachte, der meinte das jetzt hier, dass wir 5 Watt dann wenigstens auch mal zwei Lautsprecher haben. Ich meine, der Unterschied ist jetzt ja nicht da. Schauen wir mal ganz kurz rein, was hier so nochmal steht. Wir haben jetzt hier die 6 Stunden Angabe. Das ist klar. Wir haben hier Lautsprecherausgangsleistung 5 Watt. Ja, das steht. Aber es heißt jetzt nicht, auf wie viel Lautsprecher war. Höchstwahrscheinlich. Man sieht es auch leider nicht richtig. Es ist hier überall hinter dem Stoff. Sieht man das so durchglitzern. Ist auf jeden Fall wie so ein Metallgitternetz. Aber hier kommt der Ton raus. Dann wird das also einmal 5 Watt sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe. So, das heißt, wir schauen trotzdem mal in die Playlist rein. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Halt, Stopp. Jetzt habe ich schon da irgendwas gedrückt. Da wollte ich auch gar nicht hin. So. Also Trap eben würde es gewesen sein mit grün. Ansonsten schauen wir uns einfach mal nochmal direkt Electronic an. Wir nehmen mal direkt das neueste Lied. Ach nee, es ist immer wieder dasselbe Lied anscheinend, wenn ich das anmache. Ach, egal. Es ist immer das aktuellste hier noch in der Playlist. Da hört man einfach den Sound am besten. Das heißt, wir kleiden mal den Bass rein. Das kommt wirklich nur von der Lied. Auf der einen Seite. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Das kann nicht wahr sein. Das gibt es einfach nicht. Wenn das jetzt nämlich frech ist. Ich will hier keine Werbung sehen. Feuer jetzt hier bei dem Lied. Was soll das? Also, ich muss sagen, für 5 Watt muss ich sagen. Also wirklich nur 5 Watt ein Lautsprecher klingt das teilweise gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht am Anfang. Das ist wirklich nicht schlecht. Das heißt, wir gucken jetzt mal in die andere Musikrichtung rein. Wir nehmen als Spaß mal gleich, äh, wir nehmen einfach mal Melodic Dubstep. Schauen wir mal rein, wie das hier so klingt. Weil meistens sind die Unterschiede dann erst hörbar. Aber wenn der schon einen guten Bass bildet, warum nicht? Wenn er die hohen Töne auch noch kriegt, ist doch das gut. Kling! Kling! Untertitelung des ZDF, 2020 Machen wir mal direkt das nächste hier mit Hardstyle. Bei Hardstyle hört man sowieso kaum was. Also die hohen Töne sind auf jeden Fall gut. Schön klar. Die Hände sind auf jeden Fall gut. So, Titelskippen funktioniert auch indem ich gedrückt halte, dann komme ich zum nächsten Titel rein. Also wirklich ideal, aber wie gesagt, also bei 5,5 hört es schon irgendwo auf. Es ist auf jeden Fall hörbar, aber so richtig Hardstyle kann man damit natürlich nicht hören, das ist ja klar. Das sollte jedem vernünftigen Menschen eigentlich bewusst sein. So, als letztes, achso, ich bin direkt zurückgegangen, als letztes schauen wir nochmal direkt rein und dann denke ich mal, sind wir soweit eigentlich erstmal gut versorgt gewesen, so mit ein paar Hörproben bei IndieDance. Wie klingt das Ganze denn so? Wir skippen auch direkt mal hier in die Mitte rein. Ja, genau. Am besten, wie wäre es erstmal mit einer Oma, die sich erstmal das Gewissen einsetzt. Dankeschön, Spaß. Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Mach's gut. So, direkt mal reingeskippt hier bei IndieDance, wie das Ganze so klingt. Dann haben wir, denke ich mal, alles durch. Also da hört man bei weitläufigen Tönen, ist nicht maximale Lautstärke hier, ja. Er hat seine Kräfte ausgespielt. Also da hört man bei weitläufigen Tönen, Also da hört man es, je weitläufiger und großvoluminöser die Töne werden, da kommt der kleine Membran-Lautsprecher an seine Grenzen. Das heißt, wenn die Töne so in dieses große Hallige reinkommt, wie es eben war, also da fängt es schon leicht an zu kratzen. Das hört man sofort raus. Das ist aber ganz normal. Das schafft einfach die Membrane nicht. Die ist einfach nicht groß genug dafür und kann auch nicht genügend schwingen, ohne gleichzeitig bei den hohen Tönen Kratzer herauszuholen, weil es einfach nicht mehr drin ist. So, letztes. Jetzt, was wir hier noch machen können. Trap hatten wir ja auch schon. Dubstep. Wir machen einfach mal Haus an. Irgendwie direkt. Und dann nehmen wir gleich mal hier Michael White Angels Anthem und wir müssen auch mal gucken, wie sich das Ganze so anhört. Ist der laut? Dumb. Don. Dumb. Dumb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und klar gibt es immer noch größere Lautsprecher oder kleinere, aber das Teil ist wirklich kompakt gebaut, das muss man wirklich sagen. Der ist hier gerade mal handflächengroß, wenn man das Ganze so will, oder handgroß, sagen wir es mal so, und in dem Moment ist es okay. Ihr habt hier eine Trageschlaufe, das heißt, ihr könnt den unterwegs mit hin und her tragen, ihr könnt den am Fahrradlenker befestigen, was vielleicht für die meisten Kids eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Wenn man mit dem BMW, BMW, nee, mit dem BMX, ihr fahrt ja noch nicht mit dem BMW, mit dem BMX durch die Gegend cruised, dann kann man damit eigentlich ideal von A nach B kommen, am Strand, am Buggy, am Buggy, am Strand Buggy, was will ich erzählen hier, ja? Am Strand Buggy kann man das Ding auch befestigen, am Strand, am See, überall, es ist August, ihr könnt überall noch baden gehen, da ist das Teil auf jeden Fall ideal. Ja, kann man an sich nicht weckern, ich finde es auf jeden Fall cool und gelungen. Ihr habt ein paar Soundtests gehört und wir sehen uns wieder bei der nächsten Revue oder AppReview. Bis da natürlich, auf Wiederschauen!